Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Ihr hört die Geek Talk Daily 527 und heute ist der 20. Dezember 2018. Ich habe heute die folgenden Themen mit dabei. Directories, Geheimdienste, Datendeals, Low-Tech und Sandbox. Wir gehen Sandeln. Ja, ein bisschen Schweizerdeutsch, weil zuerst ein Schweizerdeutsches oder ein Schweizer Thema kommt. Die Swisscom hat nun Directories vollkommen übernommen. Damals ging das Ganze zusammen, Directories und Search. Unter anderem gehört es zum Teil der Swisscom, zum Teil Talmedia. Und die haben jetzt den Deal komplett abgeschlossen. Nach insgesamt drei Jahren waren es, glaube ich, hatten sie das Recht, ein Angebot zu machen. und die komplette Firma zu übernehmen. Das ist jetzt geschehen und somit sind die beiden Dienste nun komplett in der Swisscom aufgegangen. Gratulation an der Stelle. Weiter geht es mit Huawei und da verschwören sich anscheinend aktuell gerade die Geheimdienste von Welt. Von Welt ist ein bisschen gross gesagt. Zumindest sind da Länder dabei wie Großbritannien, natürlich Amerika, Kanada und ein paar weitere, die sich eben gegen Huawei verschanzen und sagen, dass die nicht ganz so koschere Dinge treiben mit ihrer Netzwerkinfrastruktur. Bei uns in Deutschland zumindest, Österreich weiss ich nicht. Und in der Schweiz ist es aber so, dass man hinter Huawei steht und weiterhin, solange nichts bekannt ist, also keine wirklichen Probleme bekannt sind von Industrie, Spionage etc., will man dabei bleiben. Bei uns in der Schweiz sind das zum Beispiel die Swisscom und Sunrise, die auf Netzwerkinfrastruktur von Huawei setzen. Ein bisschen weiter aufgedeckt wurde bei Facebook die ganzen Datendeals, welche so gemacht wurden. Wir haben sehen immer wieder mal, dass gewisse Apps und Dienste Zugriff auf Daten hatten. Anscheinend hatten die grossen dieser Welt von Netflix über Spotify, Microsoft, Amazon, Sony usw. dauerhaften Zugriff auf Daten und zwar nicht nur Namen und E-Mail-Adressen, sondern je nach Deal auch auf deren Adressbüchern. Also die Freunde der Freunde, die konnten unter anderem durchsucht werden über die Suchmaschine Bing usw. Es gibt sogar Dienste wie Netflix und Spotify, die sogar die privaten Nachrichten von den Nutzern mitlesen durften. Das alles liest sich richtig grausig, aber wenn man dann wieder mal ein bisschen zurückdenkt und überlegt, was man da so unterschrieben hat in den AGB, ist, dass die Daten dann halt einfach Facebook gehören. Eigentlich sehr unschön, aber irgendwie ist es leider so. Und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, wo wir noch etwas hören in die Richtung. Somit überlegt euch, was ihr da reinpostet. Und wenn ihr wichtige Sachen kommuniziert, dann macht das mit sicheren und guten verschlüsselten Diensten. Das ist sicherlich sinnvoller, als darüber zu gehen. Etwas weiter geht es mit dem Thema Low-Tech. Wann war das? Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres hat Elon Musk ein Tunnelsystem gezeigt. Er hat da irgendwie mal getwittert, dass er Stau hasst und es nicht mehr aushält, durch L.A. fahren zu müssen und ständig im Stau zu stecken. Und gesagt, er gründe sich jetzt, das war übrigens im Dezember 2016, eine Bohrfirma und beginnt, einen Tunnel unter L.A. durchzugraben. Die Bewilligung hat er dann auch ziemlich schnell bekommen. Und dann hat er einfach mal so einen 1,8 Kilometer langen Tunnel durch Teile von L.A. gebohrt. Ja, Dinge, die in anderen Ländern über Jahre dauern, gehen da, wenn man Ideen und Visionen hat, ziemlich schnell. Das Video sah ja wirklich toll aus mit Hightech und allem Möglichen. Jetzt gingen die ersten Fahrten endlich durch. Vor ein paar Monaten hat ja Elon Musk schon mal ein bisschen abgeschwächt gesagt, dass das Ganze nicht ganz so spektakulär sei und halt eine erste Version sei. Es war anscheinend laut den testenden Journalisten vor Ort ein bisschen holprig. Und Elon Musk meinte auch, dass man nicht alles ausglätten konnte. Und sie konnten nicht mit den versprochenen 240 Stundenkilometer durch das Tunnel rasen. Insgesamt sind sie auf 79 Stundenkilometer gekommen. Aber dennoch, für 4 Dollar kommt man deutlich schneller durch L.A. oder unter L.A. durch. Und wenn sie da noch weiter buddeln, grösser und vor allem komfortabler, warum nicht? Ich meine, ja, da probiert einer wenigstens etwas und tut was dagegen. Weiter geht's mit dem letzten Thema für heute schon. Und da geht's in die Windows-Kiste. Wer Windows 10 nutzt oder auch sonst ein Betriebssystem, kommt immer mal wieder in die Predouille, eine App zu installieren, wo man nicht ganz sicher ist, ob das jetzt das ist, was man möchte, ob das funktioniert. Und wie es halt so ist, wenn Softwareen schlecht geschrieben sind, dann hat man nachher Müll auf dem System. Und wer das professionell oder richtig macht, der setzt da eine virtuelle Maschine auf, testet die Software da drinnen. Und wenn das Ganze nicht so ist, wie es sein sollte, dann löscht man halt diese virtuelle Maschine wieder. Das Ganze ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, geht heutzutage doch relativ schneller als auch schon. Aber dennoch, es ist ein gewisser Zeitaufwand. Vor allem, wenn man das Ganze wieder einstampfen und neu aufsetzen muss. Und da setzt jetzt Windows 10 an. Mit einer der nächsten offiziellen Versionen oder Builds kommt dann die Möglichkeit, das mal auszutesten. Zumindest für die Insider werden das mal antesten können. Auf Knopfdruck steht dann da quasi ein separates Windows 10 zur Verfügung. Ihr könnt euch da eine Software installieren, einen Dienst austesten oder was auch immer. Und sollte irgendwas schlecht sein oder nicht gut sein, und weg ist es. Ganz cool gelöst. Ich hoffe, das kommt ziemlich schnell in die finale Version von Windows 10. Sowas könnte ich immer wieder gebrauchen durch meine ganzen App-Tests, die ich so fahre. Weil da, ja, man müllt sein System halt zu, wenn man alles Mögliche ausprobiert. Unter anderem auch für euch, liebe Hörer und Leser in den Blogs. Das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute habe zusammentragen können für euch. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Donnerstag. Heute ja noch der zweite, für andere vielleicht der drittletzte Arbeitstag vor Weihnachten. Genießt die Zeit noch. Nachher geht die stressige Feier los. Oder umgekehrt, wie auch immer. Euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.